Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger, vielen Dank für eure Mithilfe bei meiner 1. August-Rede. Eure Tipps waren so gut, dass ich problemlos die beste Rede allerzeit halten kann. Aber das allein wird der Schweiz nicht gerecht werden. Die Schweiz steht vor Vielfalt und lebt vor Vielfalt von unseren Einwohnern. Von Schweizer, von Secundos und von Ausländern. Darum präsentiere ich euch heute die 1. 1. August-Rede, die auf dem Volk gehalten wird. Ein Zusammenschnitt aus all euren Tipps. Ich wünsche eine gute Unterhaltung. Hoi Schweiz! Liebe Schweizer Volk! Liebe Schweizerinnen und Schweizer! Liebe Eidgenossen! Schön sind ihr da! Ich finde die Schweiz echt ein geiles Land. Ich finde es cool hier zu sein. Wir können echt stolz sein, dass wir eigentlich die einzigen 5 Lieber sind in diesem riesigen Kuhfladen. Berge sind schön, Seen sind schön. Le Fromage. Chocolato. Tata sind schön. Volenta di Chinesi. Frauen sind schön. Töpfahren ist so verdammt geil. Aber in Zürich, die Töne, die sind klein. Ich finde es einfach mega schön hier, dass alle Kantone etwas anders aussehen. Dass man in See kann, gucken baden, einfach saubes Wasser hat. Die extreme Höflichkeit, die man hier pflegt mit Könnte, Wolle und dreifacher Konjunktiv. Ab und zu sind wir Flinos etwas zu brav. Bauer, oder? Wie sie arbeiten. Die allgemeine Arbeitsmoral in der Schweiz ist hervorragend. Ich gehe genauso gleich. Mehr Leistung. Für die Zukunft der Schweizer Indischi mehr. Dass du die Schweiz oder die Schweiz so etwas zu einem spontaneren und offenen Erfolg machst. Wir haben 50 Mosklen am Mund rum und damit alle ein wenig aktiviert sind. Einfach lieb bleiben, immer schön, fröhlich und offen. Ich finde es extrem wichtig, dass wir unsere Jungen fördern. Das ist unsere Zukunft. Sehr wichtig. Dankeschön. Ist das für mich? Es sind nicht die Grenzen, die uns Schweizer zusammenhalten. Es spielt keine Rolle, welche Farbe, welche Religion. Egal, welche sexuelle Richtung. Es ist wirklich wurscht. Niemand ist perfekt, aber jeder verdient Respekt. Heute ist ein gesondriger Tag. Am 1. August geht es nicht um Politik, Wirtschaft und Fussball. Es geht darum, wie letztendlich unser Land ist. Und dass es ruhig auch Ausländer mitmachen können. Zum Beispiel Albaner, Italiener, Spanier. Freestyle, ja. Feliz Dias, Suisse! Wuuu! Wir wollen uns nicht mehr sagen. 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 Happy Birthday in der Schweiz. Happy Birthday in der Schweiz. Ich wünsche euch einen schönen 1. August. Ja! Das Wichtigste ist der innere Friede, weil wenn du den hast, um das ganze Leben, wenn du ihn hast, hast du es gewonnen und nicht, hast du es verloren.